das musste mal sein denn das hier ist ein echt rockiges thema es geht um eine literarische poche den sturm und rang und zwar eine literarische poche dies nur in deutschland gegeben hat herzlich willkommen bei deutschen bildern auf geht's zunächst wollen wir mal die rahmenbedingungen abstecken von dieser literarischen epoche schon die anfänge sind problematisch um 1765 es werden verschiedene namen genannt klopstock und harman und herder das hier ist wohl der wichtigste anfangspunkt überhaupt das treffen von herder und goethe in einer kneipe zum geist in straßburg dort sprechen die beiden nämlich das erste mal über shakespeare über osjan über homer es ist quasi ein inspirierendes poetologisches treffen und die epoche des sturm und rang dauert etwa bis 1785 bis sich schließlich goethe auf den weg macht und zwar nach rom das bild von tischbein beweist 1787 er ist wirklich da gewesen er zeigt sich vor der engelsburg und die frage woher kommt der begriff eigentlich nun er geht zurück auf ein drama von friedrich maximilian klinger das hieß sturm und rang aber der begriff für diese epoche wurde erst nach 1820 genutzt und das bedeutet die stürmer und dränger wussten gar nicht dass sie stürmer und dränger sind zu den grundideen zunächst mal ganz wichtig ist der begriff des genies tatsächlich man glaubte an etwas geniales und damit entzog man sich natürlich der aufklärerischen kritik und der aufklärerischen vernunft denn das genie ist begabt besonders kompetent es geht also um so etwas wie man könnte sagen eine angeborene originalität ideen kommen ohne plan und ohne vorschriften es geht um etwas götter gleiches um schöpferkraft man ist so kreativ wie gott der die menschen geschaffen hat und die ganze welt das super vorbild ist definitiv william shakespeare aus der zeit des barock mindestens zwei große shakespeare reden werden von herder und goethe geschrieben das ist der zweite wichtige ideenpool und schließlich fehlt natürlich noch eines ganz wichtig ist in sturm und rang geht es nicht mehr nur um vernunft und rationalität sondern um provokation und um leidenschaft und zwar auf der formalen und auf der inhaltlichen ebene also wir könnten anders sagen es geht nicht mehr um so kunstvolle gedichte wie das sonnet um das regeltheater es geht nicht mehr um vernunft sondern es geht um einen adäquaten ausdruck von gefühlen von leidenschaft vielleicht sogar von empörung und geilheit und das bedeutet dann natürlich eines dass der stürmer und dränger gleich zwei gewaltige literarische epochen hinter sich lässt denn wenn wir an die kunstformen wie das sonnet denken dann wird eines klar der stürmer und dränger hat nichts mehr am hut mit dem barock und gleichzeitig will er auch nicht mehr über die drei einheiten sprechen wie lessing oder gottshit auch die aufklärung lässt er hinter sich der stürmer und dränger eilt mit sieben meilen stiefeln und hört auf seine emotionen damit könnten wir zu den beispielen kommen das erste beispiel ist natürlich der superstar schlechthin johann wolfgang goethe und mindestens drei texte sollten bekannt sein zum sturm drang der briefroman die leiden des jungen werthers 1774 rausgekommen dann natürlich die tragödie faust und schließlich die hymne prometheus also werther die geschichte eines leidenden jungen mann ist der sich das leben nimmt aus liebe na radikaler kann leidenschaft nicht sein oder wir nehmen faust die vorgeschichte kommt eigentlich aus einer volkssage und christopher marlowe hatte bereits ein drama dazu geschrieben ein alter wissenschaftler gibt seine seele in einer wette preis um die maximale erkenntnis zu bekommen auch das unfassbar und schließlich die hymne die alle schüler lernen müssen und müssten nämlich der prometheus der titan der sich rebellisch und wild gegen zeus den göttervater wendet und ihm keine chance mehr gibt aber ich würde gern ein anderes beispiel noch zeigen das in meinem unterricht auftaucht und zwar ein kleines gedicht es heißt vor gericht ist von goethe geschrieben worden und zwar 1776 das geht so von wem ich es habe das sage ich euch nicht das kind in meinem leib fuisch bei dir aus die huere da bin doch ein ehrlich weib vier strofen spricht eine frau also das lyrische ich ist einmal das vermeintlich schwache geschlecht und ganz wichtig es ist eine eher ärmlichere frau und sie ist schwanger sie spricht als angeklagte aber sie hat eigentlich keine verteidigungsschrift zu bieten sondern sie klagt selber an sie ist couragiert und lässt den richtern keine chance sie weist ihnen ihren platz und verweigert die aussage unfassbar der richter das establishment an dieser stelle kann nur schreien oder schweigen aber auf jeden fall ihm wird keine chance gegeben die wahrheit zu erfahren wer ist der vater des babys und damit wird natürlich hier an dieser stelle unglaublich provoziert warum naja weil das übliche bild von mann und frau auf den kopf gestellt wird im 18 und leider auch im 19 jahrhundert ist der mann immer noch das dominierende unterdrückende geschlecht und die frau wird auf distanz gehalten und das ist auch in diesem stück so denn der mann ist nicht nur mann er ist experte amtsträger privilegierte im stand er ist richter und leiter des verfahrens aber die frau ändert mit ihrem beitrag die kräfte und wenn man so will gewichtsverhältnisse auf einmal dominiert sie spektakulär ist der text nur aus dem anderen grund weil er nämlich einen realen historischen hintergrund hat nämlich ein rechtsverfahren das übrigens mit einer todesstrafe endete und zwar gegen susanna margarete brandt das kannte goethe das verfahren und das hat er in diesem gericht abgebildet die ungerechtigkeit die diese frau erfahren musste es ging um ein kind mordprozess okay damit sind wir beim zweiten schritt dem zweiten beispiel gottfried august bürger auch der läuft uns in der literaturgeschichte mehrfach über den weg also beispielsweise mit einem sechsstrophigen gedicht politische lyrik ist das der bauer gegen den durchlauch die absolutistischen gottes gnadentum tyrannen 1773 dann der lügenroman wunderbare reise des freier von münchhausen und schließlich eine ballade mit 32 strofen leonore also das ist ein text unfassbar es geht um eine frau sie trauert um ihren mann der in den krieg gezogen ist und nun kommt er zurück aber er ist in wirklichkeit the walking dead er ist im grunde genommen nur ein untoter der sie versucht in das totenreich zu verführen und damit haben wir natürlich an dieser stelle eine verknüpfung von ballade und horror genre auch das zeigt wie variabel und wie mutig und couragiert die stürmer und dränger waren das dritte beispiel ein deutscher aus dem baltentum und zwar jakob michael reinhold lenz auch hier will ich nur ein beispiel zeigen dass auch versinnbildlicht wie radikal diese junge generation war er schreibt eine komödie der hofmeister und es geht eigentlich um einen privatlehrer hermann läufer heißt er und dieser hermann läufer unterrichtet ein mädchen von einer adeligen familie und verliebt sich in dieses mädchen und im fünften akt das ist eigentlich gar nicht mehr lustig und deswegen wundert es mich dass das eine komödie es sagt eben dieser läufer folgenden satz und man muss schlucken ich weiß nicht ob ich rechts getan ich habe mich kastriert unglaublich auf der bühne findet eine verstümmelung statt als selbstbestrafung das war in der vernünftigen aufklärung unmöglich undenkbar und dann haben wir natürlich noch ein beispiel der muss kommen der große freund von goethe friedrich schiller und der bezieht sich und beruft sich auf das vorbild shakespeare und zwar in einem drama das alle kennen im bürgerlichen trauerspiel kabale und liebe 1784 wird die geschichte von ferdinand erzählt ein junger adliger der sich unsterblich und unfassbar verliebt in luise miller und natürlich scheitert diese liebe es ist ja ein trauerspiel das interessante und radikale an der geschichte ist eigentlich nicht nur der stände übergreifende liebeskonflikt nein kabale und liebe zitiert ohne neid und ohne probleme ein überragendes vorbild denn der text ist in wirklichkeit eine zarte und kritische adaption eines viel berühmteren liebesstückes nämlich einer tragödie von william shakespeare die rede ist an dieser stelle von rome und julia nur dass kabal und liebe das ganze auf der ständeordnung radikalisiert das sollte gereicht haben um zu zeigen der sturm und drang ist wild wütend erst purer rock'n'roll deswegen am anfang die e-gitarre ich danke euch für die aufmerksamkeit und lege unten in der infobox wieder eine datei eine pdf datei ab da könnt ihr die wichtigsten epochen noch einmal einsehen herzlichen dank ab du dein konflikimierungsstern bis die 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 èEp coach für die die wissen herioned wiegisch das Wasserpuffen相acia und die in der aufmerksamkeit ist erinnert Untertitelung des ZDF, 2020